Heute mit über einer Milliarde Euro dieses Projekt finanzieren. Wir pfeifen auf Herrn Grube und sein stadtzerstörendes Geschenk. Wir wollen keine milliardenfressende S21-Baugrube, welche die Stadt auf Jahrzehnte lähmen wird. Herr Oberbürgermeister Kuhn, Sie wissen, dass Stuttgart 21 eine gigantische Kapazitäts- und Leistungslüge ist. Steigen Sie mit uns auf. Ja, Herr Kuhn, steigen Sie mit uns aus, genauso wie die anderen S21-Verantwortlichen, deren zahlreiche Porträts ich hier auf dem Schlossplatz sehe. Und an dieser Stelle gebe ich gerne die Bitte der Organisatoren des Demo-Zuges dann an alle Schilderträger weiter. Bitte versammeln Sie sich zu Beginn des Demo-Zuges am Musikpavillon und reihen Sie sich mit Ihren Profilporträts direkt hinter dem Frontbanner dann in den Demo-Zug ein. Wir machen weiter mit Musik. Sie schwingen sich ein bisschen ein, wärmen sich auf. Lenkungsreiß-Chass gibt uns nun Ton und Dakt vor. Und ich danke für musikalischen Auftakt und Begleitung der Endstation Stuttgart 21. Hans-Peter Ockert, Trompete, Eckehard Rösle, Saxophon, Günther Weiß, Gitarre, den Bassisten Markus Bodensee und dem Schlagzeuger Thorsten Grill. Eine Runde aufwärmen. 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 Musik 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 Musik